Die Welt noch energieeffizienter gestalten? Das geht. Zum Beispiel mit unseren ganzheitlichen Wärmelösungen. Das Problem? Meistens wird eine Wärmeanlage erst ausgetauscht, wenn sie sich nicht mehr reparieren lässt. Dabei verursachen ältere Heizungsanlagen oft schon vorher viel zu hohe Kosten. Eine neue Wärmeanlage lohnt sich also meist viel früher als Sie denken. Zu zeitaufwendig und kostenintensiv? Ganz und gar nicht. Mit dem Mainova Rundum-Sorglos-Paket speziell für Gewerbebetriebe und Immobilienwirtschaft. Damit planen, installieren und warten wir Ihre neue Wärmeanlage für Sie. Ihr Vorteil? Statt einer hohen Eigeninvestition erhalten Sie eine vollkommen neue und effiziente Wärmelösung für Ihre Immobilie mit nur geringer oder sogar ohne Eigenbeteiligung. Und nicht nur das. Auch die Belieferung mit effizient erzeugter Wärme und die Betriebsführung erledigen wir für Sie. Außerdem profitieren Sie von günstigen Wärmekosten sowie bereits enthaltenen Instandhaltungskosten. Sie können sich also auf Ihre wichtigen Aufgaben konzentrieren und haben zusätzlich höhere Liquidität. Auch ein verantwortlicher und fachkundiger Ansprechpartner ist stets für Sie da. Er stimmt unsere Wärmelösungen speziell auf Ihre Bedürfnisse individuell ab. Generell erhalten Sie bei uns modernste Systemtechnik. Entweder den Gasbrennwertkessel, falls gewünscht mit warmem Wasserspeicher, oder das Ganze in Kombination mit einem Blockheizkraftwerk. Der Vorteil beim Betrieb mit einem BHKW? Neben Wärme wird gleichzeitig auch Strom produziert. Diesen Strom können wir Ihnen und Ihren Mietern dank eines speziellen Stromtarifs günstig zur Verfügung stellen. So rechnet sich Ihre neue Anlage noch besser. Übrigens, all unsere Wärmelösungen basieren auf der Versorgung mit preiswertem Erdgas, dem umweltschonendsten aller fossilen Energieträger. Als größter Energiedienstleister im Rhein-Main-Gebiet bieten wir Ihnen so innovative Möglichkeiten, eine umweltgerechte und effiziente Wärmelösung zu finden. Sind Sie startklar? Wir sind es. Mainova – startklar für die Energiezukunft.